Der erste Punkt, der mir da immer einfällt, ist natürlich, dass wir das Instrument der Abschiebung viel stärker in Anwendung bringen müssen. Und dann kommt eben dieses Sylt-Video auch an die Öffentlichkeit, übrigens mit einer völlig überdimensionierten medialen Aufmerksamkeit täglich in unserem Land. Die halten ihren Kopf hin, damit wir in Frieden und Freiheit leben können. Und die Menschen im Land merken jetzt natürlich diese Erosion. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf Apollo News. Heute zu Gast bei uns Frank Henkel, ehemaliger Innensenator, Bürgermeister dieser wunderschönen Stadt Berlin, aus der wir beide kommen. Und Frank Henkel kenne ich insofern schon sehr lange, als ich noch zur Schule gegangen bin. Du weißt das, das war eine sehr einschlägige Gegend von Berlin. Da gab es damals die Kampagne Fuck Henkel von der Antifa, sozusagen das absolute Feindbild der linksradikalen Szene damals. Das war tatsächlich eine der Sachen, die mich damals so politisiert hat, kann man sagen. Insofern freue ich mich sehr, dass du heute bei uns bist. Herzlich Willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Da wird die Antifa noch bereuen, was sie da angestellt hat. Das werden wir ja sehen. Ja gut, wir müssen aber trotzdem mit sehr ernsten Themen anfangen. Die Gewalt in Deutschland hat ja in den letzten Wochen ein eigentlich unfassbares Ausmaß angenommen, jedenfalls auch in der Wahrnehmung. Es gibt Fälle, die Deutschland wirklich erschüttern. Bad Euenhausen, das Attentat von Mannheim und so weiter, Videos gehen durchs Netz. Man hat das Gefühl, es brechen ein bisschen gerade alle Dämme. Buschkowski hat ja mal geschrieben oder immer gesagt, Neukölln ist überall. Ist das, was wir jetzt eigentlich erleben, dass Neukölln, dass die Schattenseiten von Berlin, gerade ganz Deutschland, durchtränken? Das würde ich so nicht unterschreiben und auch nicht so formulieren. Aber was wir erleben und die Beispiele, die du genannt hast, sind natürlich allesamt Beispiele, die erstens erschüttern. Und zweitens bei mir ein Stück weit Bitterkeit hinterlassen, weil ich mich schon frage. Also zum einen glaube ich, und da bin ich nicht der Einzelne, der das so formuliert, zahlen wir jetzt den Preis für diese ungesteuerte Migration, ganz offensichtlich. Was mich aber wirklich mit Bitternis zurücklässt, ist die Reaktion der politischen Klasse in Deutschland. Also wenn wir uns den letzten schrecklichen Fall Bad Oeynhausen anschauen und dann hören, dass als Reaktion darauf die Innenministerin, ich weiß nicht, wer ihr dazu geraten hat, ob das einen schlechten Tag hatte, es ist jedenfalls überhaupt nicht entschuldbar, bei dieser Causa eine Täter-Opfer-Umkehr zu machen und letztlich der Mehrheitsgesellschaft die Schuld dafür zu geben, dass man den Syrer dort nicht genügend sozial integriert hätte und deshalb es am Ende zu dieser schrecklichen Tat gekommen ist, wo ein 18-jähriger Grieche bei der Abifeier seiner Schwester totgetreten wurde. Das ist etwas, was ganz schrecklich ist. Ich frage mich, wo ist heute die Positionierung der Politik? Wo sind die Lichterketten? Wo sind die Aufrufe des Bundespräsidenten oder anderer Persönlichkeiten, die dazu Stellung nehmen? Und stattdessen höre ich die für die Sicherheit zuständige Ministerin, die eine Täter-Opfer-Umkehr macht, wo es einen den Atem verschlägt, wo man hier sprachlos ist und fragt, hat die Dame eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Jetzt ist es ja so, du hast es schon gesagt, die Erschütterung ist gar nicht so groß, wie man es eigentlich denken würde oder jedenfalls wie es auch in der Bevölkerung ist, wie man das wahrnehmen kann. Und trotzdem stellt man sich ja die Frage, gut ein bisschen, vielleicht Einsicht ist ja da, aber passieren tut eigentlich wenig oder es wird wenig reagiert. Aus deiner Erfahrung jetzt auch praktisch, was wären denn so Schritte, die eine Bundesregierung jetzt eigentlich tun könnte, tun müsste nach solchen Vorfällen? Der erste Punkt, der mir da immer einfällt, ist natürlich, dass wir das Instrument der Abschiebung viel stärker in Anwendung bringen müssen. Da ist übrigens meine Erfahrung weniger nutzvoll. Es war immer schwierig abzuschieben, aber mittlerweile haben sich ja auch Gesetze verändert. Es ist heute ein Stück weit leichter, wenn man eine politische Mehrheit hat und den politischen Willen hat, den ja eigentlich immer nach jedem Vorfällen, nach jedem Messerattentat, nach jeder Vergewaltigung, nach jedem Totschlag die Politik eigentlich verlauteln hat. Wir müssen jetzt härter durchgreifen und wir müssen jetzt abschieben und, 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 und. Heute könnte man das tun. Man könnte entsprechende Abkommen mit den verschiedenen Ländern, die da in Frage kommen, schließen. Man könnte die Dinge koppeln an Entwicklungshilfe etwa. Man könnte den Leuten sagen, wenn ihr eure Kinder hier in Deutschland eigentlich in Europa studieren lasst, das passiert nicht mehr. Man könnte Konten einfrieren da, wo es geht. Also man kann ganz verschiedene Instrumente aus dem Instrumentenkasten nehmen, je nachdem, um was für ein Fall es sich handelt, um hier zu einer Rückführung zu kommen. Und als allererstes käme natürlich dran, dass man dafür sorgt, dass diese ungesteuerte Zuwanderung in unser Land unterbleibt. Ich habe das 2015 schon moniert und gesagt, wir müssen doch wissen, wer in unser Land kommt. Und wir hatten 2015 einen Zustand der unkontrollierten Zuwanderung, wo wir zum Teil gar nicht wussten, mit wem wir es hier zu tun haben. Jetzt sind wir fast ein Jahrzehnt weiter und erleben eine Erosion unseres Staatswesens. Ich mir alleine die Zahlen von der polizeilichen Kriminalstatistik anschauen. Wir haben durchschnittlich, glaube ich, pro Tag 25, 26, 27 Messerattacken in deutschen Städten und mittlerweile ja nicht nur in Brennpunktstädten. Also nicht nur in großen Städten, nicht nur in Frankfurt, in Hamburg oder in bestimmten Vierteln in Dortmund oder eben in Berlin, sondern das passiert eben, siehe das Beispiel, was du selbst gebracht hast, in Bad Ohrenhausen. Das hätte man vor ein paar Jahren noch für unmöglich erachtet. Das passiert heute. Also es gibt einen breiten Instrumentenkasten. Die Justiz spielt da eine ganz große Rolle. Auch die, die schon im Land sind, die man nicht abschieben kann, da muss eben der deutsche Rechtsstaat zugreifen und eben nicht mit Bewährungsstrafen und irgendwelchen Auflagen, sondern da muss eben hart reagiert werden. Auch das passiert nicht. Ich sage doch einmal, die Dinge sind heute anders möglich, weil sich Gesetze verändert haben. Und bleibe bei meiner Aussage, wer die politische Mehrheit hat in diesem Land und den Willen hat, hier etwas zu machen, der kann das jetzt. Und ich bin übrigens ganz sicher, dass bei den ein, zwei Beispielmaßnahmen, die ich hier in Land habe, auch immer eine große Oppositionspartei dabei wäre, die so etwas unterstützen würde. Mein Eindruck ist, es wird viel geredet, aber nichts getan. Ja, aber woher kommt das? Weil ich meine, an sich hat sich ja Olaf Scholz hingestellt und gesagt, ja, wir müssen jetzt massenhaft abschieben. Und auch Nancy Faeser sagt, ja, das Problem sehen wir schon irgendwie und wir müssen was tun und so. Aber es passiert einfach nichts. Also das ist ja sozusagen der erschreckende Zustand, der jetzt immer klarer eigentlich wird. Sie sagen es ja eigentlich richtig, zum Teil jedenfalls auch die Bundesregierung. Aber es passiert nichts und dann immer so ein bisschen mit dem Argument, man kann ja gar nichts machen. Das sind ja nun dann eben Offenheitstitel, Gesetze, was weiß ich. Also bleibt dabei, es gibt hier und da, da muss man den konkreten Fall sehen, es gibt objektive Schwierigkeiten. Das gab es, ich auch zu meiner Zeit, da erinnere ich mich, hat man sich bemüht um eine Rückführung. Und dann hat man festgestellt, dass der Staat sagt, das ist gar nicht mein Bürger, den nehme ich gar nicht zurück. Also es gibt objektive Schwierigkeiten, aber viele Dinge sind mittlerweile viel klarer geregelt. Und das ist eine gute Frage, die ich gar nicht beantworten kann, woher das kommt. Und das kann er eigentlich nur damit erklären, dass man hier einem linksgrünen ideologischen Bild nachhängt, wo nicht sein kann, was nicht sein darf. Und deshalb verhält sich die derzeitige politische Führung in Deutschland so, wie sie sich eben verhält. Ein Fall, der sehr erschüttert hat, war auch Mannheim, wo der Polizist Rufen L. gestorben ist beim Versuch, den Stürzenberger zu retten. Da hat man ja schon das Gefühl, da ist auch durch die Polizei eine wahnsinnige Welle gegangen. Die Polizei ist ja immer im Stärke auch solcher Gewalt ausgesetzt oder die trifft das ja in erster Reihe. Was ist da dein Eindruck, wie das in der Polizei wahrgenommen wird, das ganze Thema? Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Das, was da passiert ist, war genauso schrecklich wie alle anderen Dinge. Aber hier ist eben ein Polizist ums Leben gekommen, im Einsatz, der sein Leben im Grunde geopfert hat, um jemand anders zu retten. Und das tun viele, 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 viele tausende Polizisten täglich in unserem Land. Die halten ihren Kopf hin, damit wir in Frieden und Freiheit leben können. Und die Menschen im Land merken jetzt natürlich diese Erosion, die hier und da aufploppt. Und die Polizei merkt das natürlich auch nicht umsonst. Hört man immer wieder von Vertretern der Polizei, ob das Gewerkschaften sind oder andere Organisationsformen in der Nähe der Polizei, dass man sich von der Politik im Stich gelassen fühlt. Auch das ist kein gutes Zeichen für unsere gesellschaftliche Verfassung. Was ja dann viel diskutiert wurde nach diesem Anschlag, war ja auch sozusagen, wie der Stand der Ausbildung in der Polizei. Es gab ja diese Bilder, wo dann einige Polizisten da auch dann weggelaufen sind bei diesem Anschlag in Mannheim. Das wurde ja viel diskutiert. Es gibt aber auch immer wieder jetzt Fälle, wo eigentlich gesagt wird, wie wenig Schießübungen haben Polizisten im Jahr. Wie schlecht werden Polizisten auf Messergewalt vorbereitet und so weiter. Also was man das Gefühl hat, es werden die Polizei ja über die Jahre eigentlich runtergewirtschaftet und gesagt, naja gut, wofür brauchen wir noch Polizei, für Strafzettel und so weiter. Und ja, und plötzlich haben wir ja wirklich fast kriegsähnliche Bilder jedenfalls. Also wenn man sich diese Mannheim-Tat anguckt, das ist ja fast, also der Mann kommt ja offenbar irgendwie aus dem Kriegsgebiet. Oder es scheint jedenfalls irgendwie derart ausgebildet zu sein. Ja, wie hoffnungslos verloren ist dann da eigentlich unsere Polizei in dem Ganzen? Ist eigentlich nur die Hälfte der Wahrheit. Auch hier sage ich, gibt es sicherlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich objektive Gründe, warum bestimmte Dinge nicht funktionieren. Ich habe damals hier in Berlin, ist aber alles schon über zehn Jahre her, auch ein Problem gehabt, dass unsere Schießübungsplätze, unsere Hallen insbesondere mit Asbest belegt waren. Und deshalb wir ganz andere kreative Wege gehen mussten, um überhaupt sicherzustellen, dass die Polizei einigermaßen schießen kann. Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, richtig ist. Auch hier in Berlin habe ich damals eine Polizei übernommen, die komplett runtergewirtschaftet war. Und zwar materiell und personell. Bei der Frage der Bezahlung bin ich noch gar nicht. War damals sehr stolz und bin es auch immer noch, dass sie unter schwierigen haushalterischen Bedingungen tausend Stellen bei der Polizei geschaffen hat. Das ist für den einen viel, für den anderen wenig. Wenn ich aber überlege, dass die heutige Haushalt im Land Berlin an die 40 Milliarden beträgt, wir vor, also in dem Zeitraum 2011 bis 2016, 20,5, 21 Milliarden hatten. Also die Hälfte im Grunde nur und damit klarkommen mussten. Und ich in dieser Situation das geschafft habe, dann ist das etwas, was mich heute noch mit Zufriedenheit ausmacht. Der Punkt nochmal von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich glaube, dass etwa die Bayern sehr gut ausgestattet sind. Ich glaube, dass in Baden-Württemberg die Polizei sehr gut ausgestattet sind. Das betrifft die Ausstattung zum einen, die Bezahlung zum anderen. Und natürlich das, was man in der Ausbildung den Kolleginnen und Kollegen nahe bringt. Ich weiß zum Beispiel, dass wir hier, auch da wieder ein Rückblick in die Vergangenheit, soll man nicht machen, man soll nach vorne gucken. Aber das ist etwas, was sehr gut zur Frage passt und zu den Beispielen, die du genannt hast. Ich hatte hier mal einen Vorfall im Neptunbrunnen. Da war damals weder was Terroristisches noch was Islamistisches, Extremistisches, sondern ich glaube, der Mann war damals einfach nur krank, stieg in den Neptunbrunnen mit einem größeren Messer und schlacht da um sich rum. Und dann kam die Diskussion in Berlin auf, statten wir unsere Polizei mit dem Tesa aus. Und ich war sehr dafür, aber es gab dafür in meiner Koalition, damals mit der SPD, keine Mehrheit. Ich will ein weiteres Beispiel nennen, das Thema Bodycamps. Auch dafür gab es keine Mehrheit. Heute alles anders, Gott sei Dank. Auch in Berlin anders, auch wenn jetzt vieles schleppt in der Anschaffung und so weiter und so fort. Aber ich will damit nur sagen, die Entwicklung geht weiter. Auch hier allerdings die Frage, in Mannheim hat die Polizei Fehler gemacht, das war ja sehr schnell in der Diskussion. Zunächst mal habe ich gesagt, um Gottes Willen, was ist denn mit dem Polizisten los? Dann ist er gestorben. Dem galt zunächst mal meine Sorge und nicht die Frage, vermeintlich, ob es eine polizeiliche Panne gab. Es wird ausgewertet, ich kenne die Ergebnisse noch nicht. Aber nochmal, von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche. Das würde ich jetzt jedem Innenminister unterstellen, dass er dafür sorgt, dass er in der Polizei vernünftig ausgebildet wird und man auch dafür Sorge trägt. Aber es ist unterschiedlich, das stimmt wohl. Man hat aber auch das Gefühl, im ganzen, sage ich mal, Sicherheitsapparat gibt es ja auch unterschiedliche Prioritäten. Also wenn ich mir jetzt in Haldenwang angucke, ist ja gerade der neue Verfassungsschutzbericht rausgekommen. Da gibt es ganz viele Prioritäten, also Priorität rechts und Hasskriminalität, Propagandadelikte, wie sich das so schön nennt. Da gibt es ja Tausende und Zehntausende sogar, die da erfasst werden. Aber so wirklich in den Fragen, sage ich mal, die wir jetzt besprochen haben, passiert ja eher wenig. Haldenwang nennt das Kalifat eine denkbare Staatsform. Das ist also ganz viel Verständnis, was man da hat für derartige Dinge. Ja, ist der Sicherheitsapparat eigentlich wirklich, hat der wirklich so eine Schlagseite, wie man das in der öffentlichen Wahrnehmung so sich denkt? Ich glaube nicht, dass Herr Haldenwang für den gesamten Sicherheitsapparat in Deutschland spricht. Ich hoffe es jedenfalls nicht. Du hoffst. Ich hoffe sehr, dass das nicht so ist. Ja, was diesen Verfassungsschutzpräsidenten betrifft, da fragt man sich zum einen, wie konnte er in dieses Amt kommen? Das ist ja auch jemand, der unter Frau Merkel mit C, ich weiß das. Und das sind ja die Dinge, die ich mir gerne, nicht gerne, aber immer wieder sagen lassen muss. Und ich sage ja, es stimmt, Herr Haldenwang versteht sich ganz offensichtlich, wenn man seine Berichte liest und auch wenn man hört, was er in der Öffentlichkeit sagt, versteht sich ganz offensichtlich eher als Gesinnungswächter der Republik, als als jemand, der die konkreten Bedrohungslagen sich anschaut und analysiert. Und es gibt immer mal wieder, das kennen wir doch alle, es gibt immer Leute, die einige Sinnungen haben, die mir nicht gefällt. Aber ob der Staat sich da einzumischen hat, das ist ja die zweite Frage. Und genau das tut aber Herr Haldenwang. Herr Haldenwang sollte sich um die Phänomene kümmern, die wirklich eine Bedrohung sind. Und Phänomene, die eine Bedrohung sind, sind Phänomene, wo es darum geht, dass Leute, dass Menschen, egal von links, vom Islamismus oder von rechts, bereit sind, Grenzen zu überschreiten und letztlich Gewalt anzuwenden. Das sind die Dinge, um die sich eigentlich das Bundesamt für Verfassungsschutz kümmern sollte und nicht so sehr um Gesinnungsfragen der Deutschen. Auch da habe ich allerdings den Eindruck, deshalb bin ich immer ein bisschen zurückhaltend, wenn es darum geht, wie ist der Sicherheitsapparat verfasst. Ich habe Hoffnung, also ich war sehr erstaunt, gebe ich zu, aber das hat mir wieder ein Stück weit Mut gemacht, als ich die Tage gelesen habe, was vor dem Hintergrund all der Fälle, die wir gerade besprochen haben, die Berliner Polizeipräsidentin gesagt. Sie sagte ganz klar auf den Punkt und so klar hört man es aus der Polizeiführung und aus der Polizeiführung ganz selten, sagt die Gewalt, die wir im Augenblick erleben, die ist jung, männlich und migrantisch. Und da kann ich nur sagen, ja Punkt und Ausrufezeichen. Ja, das ist auch schon eine Zeitenwende. Nein, aber ich finde es wirklich paradox, weil also in der Zeit, wo ich so politisch sozialisiert würde oder wie man das sagt, da waren ja die Linken gerade in Berlin völlig, ja Verfassungsschutz gehört, abgeschafft, die Polizei ist das allerletzte und so weiter, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Also überhaupt, wir brauchen eigentlich gar keine Polizei, wir sollten sie abschaffen. Und gut, das ist zum Teil immer noch da, aber so latent in der Linken, naja, Polizeigewalt und so weiter, aber auf der anderen Seite gibt es jetzt eben mit über den Verfassungsschutz und so weiter, wo linke Regierungen völlig sozusagen wirklich autoritäre Maßnahmen im Polizeiapparat reinschicken. Es gibt jetzt diese Fälle, wo hier Döp 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 gesungen wurde, Deutschland den deutschen Ausländern raus, wo die Polizei in mehreren Bundesländern wie wild ermittelt gegen diese Vorfälle, obwohl Staatsanwaltschaften ja schon gesagt haben, können wir eigentlich gar nicht feststellen, dass das strafbar ist. Also wie kommt diese Wende eigentlich in der Linken hin zu dieser semi-autoritären Haltung eigentlich? Ja, das solltest du mal einen waschechten Linken, vor allem bin da gar nicht die richtige Adresse, aber wenn man sich das ganze Szenario mal anschaut, natürlich haben wir es in den vergangenen 30, 40 Jahren immer wieder zu tun gehabt, mit Leuten wahrscheinlich 50 Jahren zu tun gehabt, mit Menschen, die wann auch immer es möglich war, die Polizei stigmatisiert hat, sie in eine Ecke gestellt hat und mit Etiketten belegt hat, die der Polizei nicht gerecht tun. Ja, aber die Polizei, das soll ich früher sagen, heute ist eigentlich die größte Bürgerbewegung, die es gibt. Und die ist da, um uns zu schützen und das gesellschaftliche Zusammenleben zu schützen. Und das macht sie nach meinem Dafürhalten ganz gut. Sie tut es im Übrigen auch unter Bedingungen, die nicht immer schön sind. Wir haben darüber gesprochen, Sparmaßnahmen, personelle Not besprochen, wir haben die Ausrüstungsnöte besprochen. Die sind alle objektiv da, von Land zu Land unterschiedlich, wie ich es vorhin gesagt habe. Aber im Kern funktioniert das und wird auch vernünftige Handhaben. Ja, und dann hast du natürlich jetzt, ich sage mal, diese hohe Priester, man kann sich auch Jakobiner nennen, ob im Verfassungsschutz oder in der Polizei, du hast Leute, die es immer gab, mit vorauseilendem Überhorsam, die denken, sie müssen jetzt etwas tun. Und dann kommt eben dieses Sylt-Video auch an die Öffentlichkeit, übrigens mit einer völlig überdimensionierten medialen Aufmerksamkeit. Also das gemessen, zum Beispiel mit dem Vorfall in Bad Oeynhausen, wo ein junger Mensch grundlos totgetreten wird. Da fragt man sich, wo sind wir eigentlich? Ja, aus einem Lied wird hier ein Popanz gemacht. Alles nicht schön, muss man nicht machen, muss man nicht gut finden. Aber man muss es auch nicht so hoch jatzen, dass sich der Bundespräsident, der Bundeskanzler und alle möglichen Leute jetzt darüber hechauffieren. Da habe ich mich sehr, sehr gewundert, dass so etwas so läuft. Und dann kommt der Haldenbank mit seinen Berichten und mit dem, was er da alles so vorhat. Nein, das stimmt. Ich habe immer dafür plädiert, dass man der Polizei den Rücken stärkt, dass man hinter der Polizei steht, weil sie einen nicht einfachen, aber unterm Strich sehr guten Job machen. Kommen wir vielleicht noch ein bisschen zu Berlin. Das ist ja unsere gemeinsame Heimatstadt. Großer Stichpunkt ist ja Görlitzer Park. Jetzt geht es ja seit Jahren hin und her. Was machen wir jetzt und so weiter? Ist ja zum absoluten Sinnbild geworden des Versagens in Berlin, wo eigentlich jeder, der mal im Görlitzer Park war, sieht da an jeder Ecke wieder die Drogen gedealt werden. Völlig ungehindert. Kriminalität. Es gibt ja immer wieder Vergewaltigung und so weiter. Jeder sieht das Problem, wird nicht in den Griff bekommen. Gleichzeitig gibt es jetzt linke Bands wie KIZ, die jetzt in so netten Alben wie Görlitzer Park sie jetzt glorifizieren. Wie toll das eigentlich alles ist. Was passiert da jetzt eigentlich? Wird das nochmal gelöst oder wird das auf alle Ewigkeit so bleiben? Gut, der Berliner Senat hat auch das im Übrigen in dieser Konstellation oder Koalition schon ein Stück weit ein Wunder, kann man sagen, sich darauf verständigt, dass man zumindest mal den Görlitzer Park einzäunen möchte. Man kann ja auch mit gartenbautechnischen Dingen arbeiten. Man kann mit viel Licht arbeiten und man kann natürlich mit dieser Umzäunung arbeiten. Ich war vor ein paar Wochen in London. Ja, da hast du natürlich wunderbare Parks, aber die sind in der Regel dann eben ab einer bestimmten Uhrzeit zu. Und da hast du natürlich bei weitem oder überhaupt gar nicht so eine Zustände wie im Görli. Ich glaube, das kennen die nicht. Aber im Görli ist so ein schöner klassischer Fall, wie Politik versagt. Wie Politik versagt, wie, ich sage auch hier, linksgrüne ideologische Politik, das kann man, glaube ich, ohne Übertreibung sagen, komplett versagt. Auch falsche Schlussfolgerungen zieht. Ich habe das damals übrigens gesehen, in meiner Amtszeit, es gibt ja so etwas wie exekutive Eigenverantwortung, da kann man eben Dinge mit seinen Kollegen machen, die nicht durch den Senat müssen. Und das war für mich nach vielen, vielen Gewaltvorfällen, die es dort gab, neben der Dealerei, die schon für sich genommen schrecklich ist, in der Nähe von Schulen und mit Kindern. Das war alles ganz, ganz, ganz furchtbar. Und die Briefe und Beschwerden von Anwohnern häuften sich, wir müssen was tun, was können wir tun? Und dann habe ich eine sogenannte Null-Toleranz-Zone angeordnet und siehe da, die Haftbefehle stiegen, die Gewalt ging zurück, die Festnahmen stiegen, die Verurteilungen stiegen, aber es war natürlich ein Riesenaufwand. Es war ein Riesenaufwand. Man musste mehrere Zehntausende Mannstunden dort verbringen, das ist so. Bei der Bekrämpfung von Kriminalität ist das so. Ob du präventiv tätig bist oder repressiv, das ist völlig wurscht. In diesem Fall ist das sehr aufwendig gewesen. Und als die Union 2016 dann aus den Wahlen als Nicht-Sieger hervorging und es eine andere Koalition ging, hat mein Nachfolger im Amt ja relativ schnell gesagt, dass er diese Null-Toleranz-Zone wieder aufhebt. Das haben sie dann auch getan. Und jetzt fängt der Irrsinn an. Also auch medial, man muss sich manchmal wundern. Es war völlig klar, den Gegnern dieser Null-Toleranz-Zone war völlig klar, das hat sich alles gar nicht gelohnt. Also es war nur teuer und es hat sich nicht gelohnt. Es ist nicht richtig, es hätte sich gelohnt. Es hätte sich noch mehr gelohnt, wenn man diesen Versuch länger hätte durchführen können. Aber das passte natürlich nicht ins ideologische Weltbild. Und was dann geschah, da muss man sich fragen, ob manche Leute hier den Knall gehört haben oder was da eigentlich schiefgelaufen ist. Die damalige Bürgermeisterin Frau Herrmann, die heißt heute auch so, aber von einer anderen Frau Herrmann, die kamen dann auf den gloriosen Einfall, ich weiß gar nicht, purpurrote oder rosa Striche auf den Gehwegen zeichnen zu lassen, damit jeder Dealer sozusagen seinen Standort hat. Und wenn er das macht, so der Gedanke, dann läuft eben alles gut. Und sie verstieg sich auch, wenn ich mich recht entsinne, zu dieser Forderung, also die Dealer aus diesem Park zu vertreiben, das ist rassistisch. Also wenn ich so rangehe, um ein Problem zu lösen, dann habe ich den Knall nicht gehört, dann habe ich gar nicht verstanden, worum es geht. Und das war eine Haltung, von der ich sage, das durchdrang auch den damaligen rot-rot-grünen Senat. Deshalb hat man diese Anordnung von mir auch wieder einkassiert. So, und jetzt sind zehn Jahre wieder ins Land gegangen, zehn verlorene Jahre für den Park, für den Bezirk, für die Stadt an dieser Stelle. Und man kann nur froh sein, dass der Senat jetzt gesagt hat, wir machen das. Prompt klagt der Bezirk dagegen und wir werden mal sehen, was dabei rauskommt am Ende des Tages. Aber wenn man sich die Geschichte anschaut, also sagen wir mal nur die jüngere Geschichte, wenn wir die letzten zehn Jahre mal nehmen, dann weiß man, wo die Konfliktlinien waren, wo die langlaufen und welcher ideologische motivierte Hintergrund da steckt. Berlin ist ja insofern eigentlich spannend als Biotop, weil man eigentlich sehen kann, also ich fand dieses, ich habe das ja gerade schon angesprochen, es gab da so ein Konzert, Görlitzer Park, KIZ, im Görlitzer Park selbst mit Palästina-Flagge, DKP-Flagge und so. Und da sieht man dieses Bild, welche Menschen da in den Görlitzer Park stehen, Hunderte und das glorifizieren. Und da muss ich jetzt sozusagen auch ein bisschen populistisch werden, aber das sind halt, man sieht es einfach, es sind wirklich, also es sind alles Weiße, natürlich, klar, und also das erste Mal, dass es eine weiße Mehrheit im Görlitzer Park gibt bei diesem Konzert und es sind alles irgendwie, wo man das Gefühl hat, Juppies, Bürgerkinder, die wahrscheinlich aus anderen Bezirken hergereist kommen, um mal hier schön den Görlitzer Park zu zelebrieren. Also wie kommt das eigentlich, weil in Berlin am Görlitzer Park jeder, der da einmal war nach 18 Uhr, weiß ja, also so geht es ja nicht, das ist ja furchtbar und so weiter. Und trotzdem gibt es ja dieses Beharren in Berlin auf, ja, es geht alles so weiter und so weiter. Also ist das irgendwie so, dass da die anderen dem anderen reinregieren oder was ist eigentlich los in dieser Stadt? Ach Gott, da müssten wir, glaube ich, noch mehrere Sondersendungen machen, um den Befund über die Stadt und die Befindlichkeiten hier auszuarbeiten. Ja, beim Görli ist aber, das hast du schön rausgearbeitet jetzt in deiner Fragestellung, ich glaube, er stand mal eine ganze Zeit lang, steht jetzt wahrscheinlich immer noch, aber er stand eben für diese sehr liberale Drogenpolitik hier selbst in Reiseführern. Und die Leute aus aller Welt sind nach Berlin gekommen, ich sage, wir müssen unbedingt zum Görli. Und heute, das glaube ich, die Beschreibung, ich weiß nicht, was das jetzt für ein Publikum am Einzelnen war bei diesem Konzert von Kiez, aber es ist absolut denkbar, dass die Leute nach dem Konzert rausgehen aus dem Görli mit einem schönen Gefühl, high sein und frei sein, sich entweder in die Öffis setzen oder ins Auto, in die Taxe oder was auch immer und dann wieder zurück nach Weißensee, nach Pankow, Prenzlauer Berg, nach Zielen, auf Steglitz, wohin auch immer fahren und happy sind, dass sie mal da waren. Wir haben ja diese Art, also das ist wirklich nur ein Zitat, ich hasse dieses Wort, aber um es deutlich zu machen hier in unserer Unterhaltung, diese Art von Erlebnisaktivitäten, die hast du auch Jahrzehnte in Kreuzberg gehabt. Es war ja nicht alles nur Antifa und Linke, die da Rabatz gemacht haben, sondern am 1. Mai, Steine schmeißen, das ist geil, kann ich nur da. Also fahre ich von überall hin und mach das mal, weil offensichtlich ist es dort alles erlaubt und man ist völlig grenzenlos, völlig entgrenzt an diesem 1. Mai gewesen. Gut, die Dinge lutschen sich dann auch im wahrsten Sinne des Wortes ab. Jetzt haben wir relativ ruhige Zeiten im Verhältnis zu noch vor 15 oder 20 Jahren am 1. Mai und so entwickeln sich Dinge dann, aber die Politik spielt da eine maßgebliche Rolle. Ich habe ja ein paar Beispiele gemacht mit Blick auf den Görli und die politische Klasse, sowohl im Bezirk als auch im Senat von Berlin. Ja, man hat das Gefühl, es gibt schon was in Berlin. Also du hast ja gerade schon gesagt, 1. Mai wird ja friedlicher, stimmt ja auch. Die Antifa, wie sie dich ja damals vehement bekämpft hat, ist ja ein bisschen verschwunden. Riga 94 und so, die bekannten Hausbesetzerprojekte, die liegen alle in der Vergangenheit. Gleichzeitig haben wir natürlich jetzt dieses Migrant-Tifa-Phänomen, also die Vereinigung irgendwie von Islamisten und ausländischen Extremisten mit der linken Szene. Und insbesondere natürlich jetzt seit dem 7. Oktober, wo es diese Bilder gab, Sonnenallee, Hass auf Juden, Hass auf Israel. Für mich war das sozusagen emotional ein totaler Wendepunkt irgendwie der 7. Oktober, weil man wirklich gesehen hat, also die Integration ist noch viel mehr gescheitert, als man sich es immer schon gedacht hat, weil ich dachte immer, naja gut, irgendwie hat man sich abgefunden und man lebt jetzt hier zusammen und so. Aber dass es dann zu diesem Hass wirklich auf Juden, Antisemitismus auf den Straßen gekommen ist, fand ich schon krass. Was ist so deine Prognose für Neukölln und so diese ganzen Bezirke? Ist das wirklich eigentlich gefallen? Ist das jetzt schon in fremder Hand? Das glaube ich nicht, das habe ich vorhin nur gesagt, als du gefragt hast, Neukölln ist überall. Nein, das glaube ich nicht. Es gibt ja auch erstens in Neukölln sehr viele fleißige, sehr vernünftige Menschen, die dort leben, übrigens völlig wurscht, ob Deutsche sind oder zugezogen. Sowas gibt es schon. Aber es gibt natürlich die Hotspots. Du hast sie genannt und du hast auch die Verwerfungen genannt, die damit zusammenhängen. Also mir ist auch der Atem weggeblieben, als ich gesehen habe, wie nach dem 7. Oktober, also nach diesem brutalen Angriff der Hamas auf Israel, dort hier auf der Sonnenallee dann Konfekt verteilt wurde. und Dinge jetzt aufzubrechen scheinen, die man in der Tat so nicht erwartet hätte. Also so nicht in dieser brutalen Form hier in Deutschland. Und es ist nicht die Sonderlehre. Wenn ich jetzt akademisch im Milieu schaue und mir angucke, was in den Berliner Universitäten los ist, dann zählt das ja genauso dazu, wo man erstens erschüttert sein muss. Ich jedenfalls war es und bin es ja eigentlich bis heute, jetzt gar nicht verstehe, was da abgeht. Also für mich, das muss man ja auch immer mal sagen, seit ich politisch denke, klar, Israel ist immer ein bedrohtes Land, ein bedrohtes Volk gewesen. Und da unten die einzig funktionierende Demokratie. Ich verstehe bestimmte Dinge gar nicht. Ich verstehe nicht, wie man sozusagen als Homosexueller, als Queermensch, als was auch immer, für die Hamas sein kann. Und die Solidarität, mit der Hamas hier herbeidemonstriert, wenn die Hamas an der Regierung wäre, würde es die Leute gar nicht geben. Die wären eingeschlagen oder eingesperrt oder weiß ich, was man mit denen gemacht hätte. In Israel ist es halt möglich. Also ich verstehe diese Situation im Grunde überhaupt nicht. Fakt ist, dass wir uns natürlich mit dem 2015 folgende, also mit der völlig ungesteuerten Zuwanderung, Migration hier nach Deutschland, natürlich auch Menschen ins Land geholt haben, die völlig andere Wertvorstellungen haben, als wir, die im Zweifel sogar das Leben, so wie wir es kennen und so wie wir es lieben, hassen. Und bei solchen Dingen, die jetzt da am 7. Oktober passiert sind, kommen alle Emotionen offensichtlich raus und werden sozusagen vielleicht sogar noch überkompensiert. Und da muss ich mich nicht wundern, dass ich hier pro-palästinensische Demonstrationen habe. Ich muss mich nicht wundern, dass hier Israel plötzlich auch übrigens in einer Art Täter-Opfer-Umkehr an die Wand gestellt wird, als jemand, der der Aggressor ist. Also manchmal fällt es schwer, heutzutage die Welt zu verstehen, weil viele Dinge auf den Kopf gestellt werden. Wie ist so dein Verhältnis eigentlich, dein Innenverhältnis zu Berlin? Man hat ja immer das Gefühl, wenn man irgendwo hingeht, sagt man ist Berliner, gibt es immer zwei Reaktionen. Entweder die Leute finden es ganz toll und das sind aber dann immer Menschen, wo man sich denkt, vielleicht ist Berlin doch nicht so toll. Also es ist immer so, ja, ganz toll, die ganze Kultur und so weiter. Görlitzer Park, was weiß ich. Und die anderen sagen immer, ja, Berlin ist ja irgendwie Kloake, sonst was. Es gibt ja immer mehr schlechte Nachrichten über Berlin. Wie bist du denn? Bist du immer noch stolzer Berliner? Bist du Lokalpatriot oder wie ist das? Ich glaube, bei aller Meckerei, die man auch machen kann, in dieser Sendung, im Freundeskreis, bei den Sportkameraden, wo auch immer, am Ende, glaube ich, bin ich immer noch Berliner. Aber es gibt, und das will ich gerne sagen, es gibt heute viel öfter den kritischen Blick, auch von mir auf meine Stadt, den es so noch vor ein paar Jahren gar nicht gegeben hätte. Da zählen all die Dinge zu, die wir heute besprochen haben, aber da kommen eben noch andere Dinge hinzu. Also ein im Grunde unverantwortlicher Verschleiß von Infrastruktur, und der ist nicht in den letzten zwei Jahren entstanden, sondern der hat eine lange, lange, lange Geschichte, einen langen Vorlauf. Ich gucke mir die Bildungssituation in Berlin an. Ich gucke mir die Wohnungssituation in Berlin an. Und man könnte noch ganz viele andere Punkte nennen. Ja, ist Berlin eine dysfunktionale Stadt? In Teilen schon, ja. Mir ist immer noch nicht verständlich, warum es so lange braucht, um einen Termin etwa im Bürgeramt zu bekommen. Die Bürgerämter als solche sind super. Ich bin neulich in einem gewesen. Wenn man den Termin erst mal hat, läuft das da wie geschmiert. Du hast nette Mitarbeiter, die dich da durch den Prozess führen, und ich brauchte Pass und Ausweis neu. Also wenn du erst mal drin bist, weil du einen Termin hast, dann ist das wunderbar, auch technisch einwandfrei. Du kannst dort deinen Fingerprint machen, du kannst mit Karte zahlen, du musst dich nicht mehr bewegen. Und dann kriegst du die eben nach drei, vier Wochen, je nachdem, und das ist nicht die Schuld, da spielt die Bundesdrucker ja auch noch eine Rolle. Aber dann ist es gut. Aber die Terminvergabe, ich weiß nicht, warum das so schwer ist. Ich weiß nicht, warum es so schwer ist. Ich habe eine Vorstellung davon, natürlich. Aber warum es so schwer ist, am Wochenende nicht zu öffnen und Ähnliches. Also es gibt heute einen kritischeren Blick, aber am Ende des Tages ist das Glas auch für mich immer noch eher halt voll. Jetzt sind wir philosophisch, verstehe ich. Naja, das ist doch so. Berlin besteht doch nicht nur aus dem Girlie und aus der Sonnenallee und andere Dinge. Neukölln sagt noch mal, hat wunderbare Ecken. Die Stadt selbst ist so vielfältig. Mich hatte damals immer sehr fasziniert, wenn du jetzt da unterwegs warst in der Stadt von Stegelzenus bis Treptow-Köpenick. Na und dann warst du irgendwo in Kreuzberg oder du warst in Petzl. Also diese Unterschiedlichkeit, das hat schon etwas Spannendes. Ich glaube, dass die, die hier leben und diese Unterschiedlichkeit jeden Tag erleben müssen, dass die BVG nicht fährt oder zu spät kommt oder voll ist oder so. Das macht das Leben nicht immer angenehm. Für Leute, die außen kommen, würde es so sein, wie du gesagt hast. Für die einen ist es eine miese Kloake, schon fast Fail State und so. Aber für die anderen eine großartig interessante Stadt. Vielleicht ist es einfach beides. Ja, das ist es auch. Wir haben wunderbare Kultureinrichtungen. Die Stadt wird ja auch nach wie vor besucht, wie verrückt. Das ist auch gut. So kommt ein bisschen Geld in die Kasse. Kommen wir vielleicht ganz zum Abschluss noch einmal zur Politik. Du bist ja eine ganz alte CDU-Schule, kann man sagen. Eberhard Diebken warst du noch dabei. Jetzt hat es ja die CDU tatsächlich geschafft, Bürgermeister zu stellen in Berlin. Durch die ganzen Verwerfungen sicherlich. Silvester und so weiter. Ja gut, aber so viel ist ja jetzt eigentlich nicht ganz passiert. Die CDU, also Kai Wegner hat einen Queer-Beauftragten ernannt, der gegen kritische Medien vorgeht. Und was eigentlich noch? Ja, also, es wird jetzt kein Geheimnis. Wer mich sozusagen jetzt länger kennt und auch sozusagen meine Geschichte in der Union ein bisschen mitverfolgt hat, der wird wissen, wie er es einzuordnen hat. Wenn ich jetzt sage, meine Union macht es mir in den letzten Jahren nicht sonderlich leicht. Sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene. Es war ein Erfolg, dass Kai Wegner als Spitzenkandidat die Union wieder an die Spitze einer Regierung gestellt hat. Ja, wir haben uns alle sehr gefreut. Ich auch. Ich fand auch, dass seine Auswahl, seine personelle Auswahl, was Senatoren und Senatoren betrifft, für den Unionsanteil sehr gut war. Beim Koalitionsvertrag ließ die Freude ein bisschen nach. Du hast Beispiele genannt. Es gibt noch andere Beispiele, etwa, wenn ich an die Polizeibeauftragten denke. Und dann bei aller Kritik. Ich weiß sehr wohl aus meiner Erfahrung, wenn man regiert, muss man Kompromisse schließen. Manchmal sogar Kompromisse, die mehr wehtun als gut tun. Und man immer vor der Abwägung ist, du hast Verantwortung für die Stadt, du hast dich um die Verantwortung beworben und dich jetzt einfach in die Büsche zu schlagen, das macht man nicht wegen eines Sachverhalts oder zwei. Aber es ist auch ein Unterschied, ob ich Regierender Bürgermeister bin oder ob ich nur Juniorpartner bin, wie ich das war. Und deshalb habe ich bestimmte Dinge nicht verstanden. Also bleib nochmal bei den Polizeibeauftragten. Der ist so notwendig wie noch im Kopf. Den braucht man nicht. Ich brauche keine zusätzliche Paralleljustiz oder jemanden, der darauf geht. Es gibt genug Möglichkeiten, bei Verfehlungen der Polizei innerhalb des Apparates zu schauen, wie man darauf reagiert. Das hat in den letzten Jahrzehnten auch immer geklappt. Mir ist gar kein Fall bekannt, wo man Dinge nicht auf den Tisch gebracht hat. Und das sind so Punkte, wo ich sage, na hoppala, wir hatten die Bürgerämter schon, wir hatten die Situation in den Schulen. Natürlich ist es nicht die Schuld des Wigner-Senats, dass jetzt so viele Lehrkräfte fehlen. Aber dass jetzt so viel gegengesteuert wurde, kann ich eben auch nicht sehen. Die Frage, baue ich Wohnungen, wenn ja, wie viele, kriege ich das ganze Problem, Wohnungsnot gelöst. Ja, und ehrlicherweise auch die Verkehrspolitik. Also glashalb voll, halb leer, hatte ich vorhin selbst gesagt. Wenn man sich die Situation anschaut und dann mal überlegt, jetzt gab es einen Regierungswechsel, da muss man die Frage hinterher stellen, gab es auch einen Politikwechsel? Und den kann ich im Augenblick, ehrlich gesagt, nur an ganz wenigen Stellen sehen. Also, dass es so wahnsinnig anders ist, als vorher. Die Frage müsste ich sogar, müsste ich sogar, nein, man merkt es ehrlich gesagt nicht. Und das liegt vielleicht auch daran, wie im Bund, und das ist ja eigentlich Traurige daran, dass Parteien mittlerweile in Deutschland, jedenfalls die etablierten Parteien, sich immer ähnlicher werden. Sie sind austauschbar, sie sind kaum noch markant sozusagen zu unterscheiden. Das ist im Bund ja auch so. Ich vermisse jeden ordnungspolitischen Kompass. Übrigens ja, wenn du so willst, auch in Berlin, kann mich noch entsinnen, das Thema Rekommunalisierung vor wenigen Jahren einstimmig in der CDU ein Thema, was ich sage, wollen wir nicht. Heute spielt das gar keine Rolle mehr. Heute werden Dinge einfach gemacht. Aber Schuldenbremse wäre ja wegen einer Augenbrechung. Na gut, da ist er nicht der Einzelne, da gibt es ja auch noch andere Ministerpräsidenten. Deshalb ist es richtig, ich bin der Anhänger der Schuldenbremse und sage, sie ist vollkommen richtig. Ich sage übrigens auch als Vater von zwei Kindern, wir können nicht unmöglich Tafelsilber für unsere Zukunft, für unsere Jugend hier schon verschabeln und ungelöste Schecks für die Ewigkeit ausstellen. Das können wir nicht machen. Aber im Grunde auch in der Verkehrssituation und sowas hat sich da nur ganz, ganz, ganz wenig verändert. Da bleibt es so, dass die Hoffnung stirbt zuletzt und 26 wird wiedergesehen. Ob sie tatsächlich stirbt, werden wir sehen. Da bin ich nicht ganz so pessimistisch. Ein bisschen was wird passieren. Aber man muss sich auch nicht wundern, letzter Satz von mir. Wenn selbst, also diese Koalition war ja nicht gemocht. Also bei den Sozialdemokraten nicht gemocht. Eigentlich wollten sie sie nicht. Die haben sie dann trotzdem gemacht. Und wenn man dann die Stimmen sozusagen des ganz linken Lagers der SPD hat sagt, ja den Koalitionsvertrag, also den mussten wir unterschreiben. Der war so gut, der hätte von uns sein können. Also dann zeigt das im Übrigen auch, welche programmatische Entwicklung die Union genommen hat und was sich dort abbildet. Aber wenn man heute mit Leuten aus der Wirtschaft spricht, mit Blick auf Berlin, eines ist in jedem Fall eingetroffen. Und das ist vielleicht, denke ich, auch in einer Zeit, wo Aufgeregtheit sozusagen an Nummer eins steht, es ist wieder Ruhe eingekehrt. Und wenn man sich anguckt, die Streitereien im Bund, das will doch niemand. Und wenn man sich die Streitereien hier unter Rot-Rot-Grün angeguckt hat, die ja auch alle sozusagen unproduktiv waren, dann will man das nicht. Und dann ist mir so eine Regierung, die hier mit Ruhe Hand versucht, das eine oder andere zu machen. Ja, du lachst jetzt. Ich sage mal nochmal, wer unmittelbar mal Regierungsfragen nur getragen hat, der weiß, dass das nicht ganz einfach ist. Ja, auch ich gehöre zu dem Blick nochmal sagen, unterm Strich merkt man es kaum. Ich hoffe, die Verbesserung kommt noch. Und ich hoffe auch, dass das eine oder andere an Unionspunkten nochmal gesetzt wird. Und sehe ich im Augenblick nicht. Aber wir haben auch noch jetzt zweieinhalb Jahre bis zu den Wahlen. Und deshalb bin ich nicht ganz so pessimistisch. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Vielen Dank für das Gespräch, Frank Henke. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir können Ihnen immer nur wieder ins Herz legen. Wenn Sie unsere Arbeit schätzen, die findet hauptsächlich auf unserer Homepage statt, wo wir täglich berichten über Politik und alles, was Sie bewegt. Schauen Sie gerne rein. Und ganz wichtig, unabhängiger Journalismus kann nur existieren, wenn er sich unabhängig finanziert. Wir finanzieren uns durch Sie. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, bitten wir um Ihre Unterstützung. Vielen Dank. Vielen Dank.